Eine letzte Unterscheidung, die wir treffen wollen, ist die zwischen dem Begriff der Politik und dem Begriff des Politischen. Begriffe, die auch in der Politikwissenschaft sehr umstritten sind. Häufig wird überhaupt keine Trennlinie zwischen diesen beiden Begriffen gezogen. Ich halte das für enorm wichtig. Es gibt auf der einen Seite universelle Begriffe, wie eben der Begriff des Politischen, der Begriff des Diskursiven. Man kann auch von Universalismus oder Ontologie sprechen, also alles sehr schwierige Begriffe, die nichts anderes darstellen als einen, man kann schon sagen, universellen, nicht endenden Horizont von Möglichkeiten. Ein weiterer Begriff, der in dieses Universelle fällt, ist der der Ethik. Also man hat im Prinzip alle möglichen ethischen Möglichkeiten, etwas zu lösen in einer Gesellschaft. Wir können da weit zurückgehen in der Geschichte der Bundesrepublik oder dessen, was wir Deutschland nennen, das Heilige Römische Reich deutscher Nationen, was sich langsam formierte seit Otto I. im 10. Jahrhundert. Und wir sprechen hier von historischer Kontingenz. Vieles war möglich, aber nur einzelne Aspekte sind dann aus einem riesigen Horizont des Möglichen herausgepickt worden. In historischen Konstellationen, die eben vieles möglich machten. So war es auch mit moralischen Entscheidungen. Wir bewegen uns jetzt von diesen universellen Begriffen, des Politischen, des Universellen, des Ontologischen, des Politischen, hin zur Politik, zur Moral, zu verschiedenen Begriffen, die partikularen Interessen entsprechen. Das heißt, grundsätzlich könnte man sagen, und man spricht auch hier häufig sehr kritisch vom Relativismus in den Sozialwissenschaften, dass alles möglich ist und dass Politik letztendlich festzutzt, was möglich ist. Und das ist historische Kontingenz, nichts ist notwendig. Das heißt, dass Deutschland sich nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 so formierte, wie es sich formierte, war von vielen politischen Kontextualitäten, von partikularen Möglichkeiten abhängig, dass Österreich nicht Teil des Deutschen Reichs wurde. Später aber dann unter Adolf Hitler, wie er sagte, rückgeführt wurde ins Deutsche Reich. Und viele Österreicher damit eben auch sehr zufrieden waren. Zunächst, dass Adolf Hitler Österreich annektierte und zurückführte ins Deutsche Reich. Was dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ad acta gelegt wurde, deswegen, weil eben Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt wurde und Österreich dann wieder aus dem, was dann entstand, der DDR und der Bundesrepublik herausgenommen wurde. Diese Unterscheidung also zwischen dem politischen auf der einen Seite als universeller Horizont und der Politik als Festzuhung, als partikulare Festzuhung dessen, was jetzt hier in einem bestimmten historischen Kontext möglich ist, führt zu ganz vielen Fragen. Also gibt es so etwas wie Gesellschaft überhaupt? Was habe ich als Professor, der aus Kiel kommt, eigentlich mit der Hausfrau in Freiburg zu tun? Sind wir nichts weiteres als eine, wie Benedikt Andersen sagen würde, imagined community, eine vorgestellte Gemeinschaft? Sind wir wirklich eine Gesellschaft? Wo beginnt Gemeinschaft eigentlich? Wo endet sie? In welchem Zusammenhang stehen Macht und Gesellschaft? Wer setzt eigentlich fest, wer dazugehört, wer nicht dazugehört? Und dann eben auch solche Begriffe wie Ordnung, Repräsentation, Freiheit, Gleichheit, die als wichtige Elemente unsere Gesellschaft konstituieren. Was sind das eigentlich für Begriffe? Solche Begriffe wie Freiheit, die verschiedene Parteien in Deutschland häufig auf Wahlplakate schreiben. Was ist das eigentlich für ein Begriff? Wir nennen solche Begriffe leere Signifikanten, weil sie eben universelle Horizonte eröffnen. Und das führt uns zurück auf die Unterscheidung des politischen als universellen Begriff und Politik als partikulares Festzuhren bestimmter Möglichkeiten.